heim und herzlich willkommen zu einer weiteren folge let's play super mario galaxy 2 so wie immer eine mission die ich bereits gemacht habe aber und jetzt und machen jetzt noch mal die kometen in der biskuit boden galaxie oder müssen wir noch einmal sind auch endlich schon an dem punkt ankommen wo ich neue mission machen muss so leuchtet den weg zu den liga münzen das ist hart das ist der münze zumindest im normalfall hat mir keine ahnung ob das jetzt hier auch so krass über die menschen ja auch im endeffekt immer gefallen hat weil ich ja eh so gerne weil ich weiß es gibt jetzt hier gibt es ja auch 100 münzen geben auch immer safe ich denke es gibt mehr als 100 münzen aber da ich weiß lieber mal auf nummer sicher gehen 50 münzen und dann schon über 60 münzen jetzt hier 100 gibt da ist die mission entweder nicht so lang oder die münzen sind mal verteilt dass ich nicht glaube ganz schön knapp ist ich nehme mal trotzdem alle mit gibt es aber ich dachte normal gibt es nur 100 und keine ahnung aber ein bisschen wo man auch zurückgehen kann hey hallo so wobei so lange wird die mission im mater ja auch schon gar nicht mehr gerne ist doch ich sie auch nur noch ein münzen könnte eine gute entscheidung gewesen sei nicht alle mitnehmer ja und sich damit nehmen was soll ich gar nicht so hat wie ich dachte das war einfach als ich dachte hätten wir diese welt auch fertig besser wieder und nichts welt also die haben wir die haben wir und die haben wir heißen müssen zur kraftstaat galaxie das problem ist hier ja hier ist ein komet dicker jetzt nicht verhindert das schlecht ich glaube ich muss erst meine komete machen auf uns anders machen kometen allah ich kann so ok zwischen kürzstein und kopfstaat ist die ersten und kommt nicht weg ich denke ich glaube ich weiß dass hier viel mit stammattacken löst werden und diese gegner die es da gibt die sind glaube ich nur stammattacken musik war dann muss man immer aufpassen welche oder nicht so was hast du auch so ja keine leitung auf der seite blablabla zwischen kürzstein und kürzstein und kürzstein ja komm ja komm was hast du denn ist der kapitän bisschen hochgekommen heißt nicht nur ich was ich gesehen die münze auch so ein spiel versuch mal wenn es die zwei gibt komplett durch ohne ich wohnen zu sterben ich glaube nicht oder es wäre ziemlich krass und auch nur einmal was ist denn da ich möchte drauf schießen und jetzt habe ich noch ein herz ja kommen übertreib halt danke schön und unterfallen bzw hochfalten ich wette hätte irgendwas für mich gehabt egal bleib mal lieber hier und ab in sich dann gibt mir mal maxx ja ich glaube ich kann mich gerade egal dass das set was klose jetzt habe ich meinen maxi verloren weil der runden zeige fast ein beweis dass die welt immer vorgeladen ist es leuchtet jetzt ein stern was könnte das nur sein ja ich weiß dass die ganze klose ja jetzt kommt so einer gebrauchte ich hoffe 50 oder 57 57 auch noch ist leider im lumen laden bekommen wir haben immer so was jetzt war der ok max kraft wird schon nicht schaden ja genau so man war so voll dann wollen wir mal verwandt er lang ich will mich für 30 ständen auch immer etwas verwandeln wobei ich sterbe ich weiß ja auch so gut genießen dann auch schon ein bisschen verwerflich von interne weißt du die verwandelt die sterben für drei sternteile wollen internet etwas damit sagen wahrscheinlich nicht aber die blive die blive die blive die blive die blive die fettmann und ich bin sauer ja kommt der gute skills raus blive dass etwas immer ding hallo ja genau das hat wiederum hello ich will davon will den erschaffen die katze mal auf deine deute bleiben würde ich gerade hingehen blöd ist wie ich es war ja 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 kommen dies war bitte irgendwo durch hallo sieht das ding ich will nicht davon dass das selbst drauf ja ja scheiße das war der moment in dem ich etwas machen ich weiß es funktioniert wenn wir sehen kann weil ich glaube ich ist klar ich meine ich konnte ja eben auch fast besiegen würde ich sagen zu spät kommt jetzt mal aufhören immer genau die die dem platz zu setzen wo du lang gehst finde ich nett ein serie ist wie besiegt das ding so machen wir hier drin stehe hallo dankeschön durch die max helfe immer max hilfs so wahrscheinlich ach komm er kann sich mal zum endlich dankeschön das ist auch ein bisschen der lebt noch wieder ruhig jetzt für den dritten aber ich will zweitens und die ich braucht habe holy shit er muss also seine feuerwelle spuckt und dann durch endlich danke schön jetzt habe ich auch richtig gecheckt also ich wusste schon und was man muss aber ich wüsste es nicht ganz genau so wie schon zwölf minuten der folge ich habe auch schon zwei menschen macht oder eine eine zwei eine zwei zwei aber eine eine sache mache ich noch also eine das spiel wurde gespeichert so dann aber was bezieht sich denn der komet und was ist wohl für komet wenn er kommt sich auf die ersten so bezieht würde ich ihn jetzt machen kommen wir hätten alle haben wieder schmuck von früheren schlummerin die meisten mussten will ich den kometen so haben wir zweimal liga münz mission vielleicht 60 meter von der zweiten links ich hoffe es nicht es ist ich glaube es ist eins denn dass ich so machen wir ihn jetzt und dann ist auf zeit ist bestimmt auf zeit uns wäre das wert zu einfach wir uns wurde wie zu einfach ja es wird einerseits auch nicht jetzt auch an die schaffte folge nicht zu lang die schaffte folgen zuerst mal nur checken wie ich das die ganzen sind machen soll wie zum können wir abdenken mit minus will es eigentlich los werden man die welt bestimmt nicht schaffen jetzt extrem wundern ja komm töd mich halt ich werde ich sowieso nicht schaffen ja eine minute ist nicht schaffbar weil ich wie immer auch noch in der zeit den sternen muss sicher 43 sekunden ist schwer wir sollten jetzt an die da oben kommen die könnte ich noch kommen können wir versuchen sehr viele einzusammeln jetzt wieder oben noch ein 8 münzern gefehlt aber okay 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 wir müssen jetzt bei 16 minuten sein heißt das geht sowieso noch ich hasse es ich kann schon wie zum es immer noch eine munze das ist scheiße ich brauche die münze ich noch mal um ich weiß dass ich wieder ich will jetzt nicht schaffen so lange ist jetzt noch nicht aber trotzdem so lange das mit jahren so eine minute war noch 19 münzen das ist doch machbar sind schon mal neun davon neun münzen befinden sich acht glaube ich hier ja da fehlt nur eine wollte faktisch dass sie rankommen jetzt hier noch eine unter das werde ich nicht jetzt schaffen ich habe keine ahnung wie ich da rankommen soll hä wie zum ich weiß nicht wie ich an die beiden reinkommen soll und noch wie wie soll das gehen die kopf keine ahnung so jetzt habe ich die nächste immerhin schon mal so genau okay zwar zwar nicht nötig aber egal 30 sekunden schon mal ein drittel das schon mal ich habe mich schon wieder warte ich auf die kette werde und hinsprung weil ich gerade richtig gemacht haben ach komm das jetzt unnötig egal gilt wie heute liga münzes so ist jetzt noch die darüber über eine minute 20 mit 17 münzen für acht münzen ich habe ja alle soja jetzt muss ich nur noch dann wieder oben machen ich muss jetzt gerade noch mal macht kann schauen 30 sekunden die eine münze kommt da dran das steht immerhin mich darauf untertragen das könnte sein ja wo ich noch einsam in der zeit dankeschön so ja ein bisschen überlänge würde ich sagen 21 minuten oder 20 stunden und der feiner hat das wort wenn da und wir sind so der nächsten folge ich bin schon wieder goldener stellen jetzt haben wir noch eine mission die wir noch machen müssen der nächsten folge ich schon hatte und danach nur noch wieder sterne noch mal stellen